Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy with Sin mit dem Mod Long War Season 4b. Ja, in der letzten Folge hatten wir eine kleine, aber feine Mission. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal kurz die Ziele für den nächsten Monat durch, da das Monatsende kurz bevor steht. Im nächsten Monat würde ich gerne damit anfangen, ein Labor zu bauen, also ein zweites, eine Werkstatt und das Alien Containment. Da müssen wir ungefähr 600 Groten beiseite sparen. Was ich dann als nächstes noch gerne hätte, wären mindestens 125 Groten für Exalt Scans. Jo, da haben wir ja reichlich Arbeit vor uns, ne? Und alles andere, was wir da noch bauen, naja, im zweiten Arx-Raw vielleicht noch. Und alles andere ist dann halt Bonus. Mal gucken, wie weit wir kommen mit diesen Zielen. So, ich habe dann noch gesehen, dass unser Abfangjäger da ist. Den können wir dann direkt umbenennen. Kirby, willkommen. Und dann können wir direkt zum Monatsende es weiter durchlaufen lassen. 12 Meld für 90 Groten machen wir, ist guter Preis, oder? 40, jawohl, ist auf jeden Fall definitiv ein guter Preis. Das sollte uns zum Monatsbeginn sehr weit weiterhelfen. Sehr weit weiterhelfen, natürlich. Und da kommt der Ratbericht fürs Monatsende. Commander, unfortunately, one of our members has chosen to discontinue their involvement in the XCOM Project. Das stand schon vorher fest. Ja, gut. Jetzt weiter nichts ist. Du hast einen älteren Job gemacht, um die alienen Gefahr über den Kurs dieses letzten Monatsende, Commander. Danke. Aber wir glauben trotzdem, dass es noch Platz für Ihre Erkrankung gibt, in Ihren Erkrankungen gibt. Ja, ja, guckt ruhig zu. Das ist ja auch der Sinn und Zweck der Sache, dass hier zugeguckt wird. Ich freue mich, dass Ihr Erkrankungen zu unterstützen, der Forschungsstift, Commander. Natürlich, Dr. Wei. Ich habe bereits die neuen Erkrankungen in dem Lab gearbeitet, um in der Arbeit zu arbeiten. Als erstes können wir uns mal ein Intel-Scan. Intel-Scan complete. Positive ID on Exalt-Cell-Locations. Und starten eine Covered Operation in Indien. In Nigeria lohnt es sich halt nicht wirklich, weil es geht erstmal in erster Linie darum, die Panik ein bisschen nach unten zu drücken. Und ja, Indien kann uns jetzt besonders weiterhelfen. Ähm, da nehmen wir wieder unseren Assault. Ich verstehe noch nicht, warum die Aliens bereit sind, um all diese Probleme zu gehen. Was können sie danach sein? Oh, tun jetzt mit dem Illuminator mit. Ich hoffe, ich vergesse den nicht wieder. Na dann, viel Spaß in Indien. Das Overt-Operative ist, um die Exalt-Cell-Locations in Indien zu verhindern. Gut, wie lange dauert es jetzt noch? Die neuen Engenzeiten sind heute Morgen gekommen, Commander. Wir sind immer glücklich, dass wir hier mehr Hilfe haben. Hm, 398 Kronen, die müssten wir fast schon sparen. Da sind die Enhanced Ballistics fertig. Mal gucken, vielleicht können wir ja noch was machen. Wie zum Beispiel die Mac Pistols. Die verbessern halt die Reichweite von unseren Pistolen. Wobei, Improved Salvage. Oder Aircraft Boosters. Gehen wir erstmal auf Improved Salvage. Dadurch bekommen wir... Wobei, Metallurgie wäre mir lieber. Warten wir damit noch ein bisschen. Wir sparen Geld. Mal gucken, wann die Aliens wieder ausrücken. 12 Waffenfragment für den Ingenieuren. Nein, danke. Und da ist die Autopsie durch. Wunderbar. Improved Medi-Kit. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal gönnen. So, was ist das nächste? Experimental Warfare ist interessant. Body Armor ist interessant. Xenogenetics, 12 Tage dauert mir zu lange. Beamlasers dauert mir zu lange. Wir gehen erstmal auf Experimental Warfare. Weil ich glaube, das ist eine... Was soll ich sagen? Eine Grundvoraussetzung für Hemgrenades. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dementsprechend machen wir das mal kurz. Dauert ja nur 10 Tage. Dann scannen wir weiter. Kommt direkt die Coward Operation oder was? Vorher kommt noch eine Abduktion. Das Ohr am Ende. In Indien. Abduktionen und Progresse sind auf dem Hologlobe markt. Das kommt gut. So, wen nehmen wir denn da mit? Ich würde mal sagen, Xander bleibt daheim. Da ich meine anderen Scouts... Äh, ich meine meine anderen Sniper auch noch ein bisschen trainieren muss. Dementsprechend kommt Alice schon mit. Erstmal die Leute, die kurz vom Level abstehen. Da sind bestimmt welche. Wie zum Beispiel Carina. Sie könnten Level abschaffen. Ich habe ja noch 4 Assaults. 1, 2, 3, 4. Genau, da muss ich sagen, wir nehmen hier Ashley mit. Damit sie ein Level abschafft. Dann bräuchte ich natürlich noch einen Scout. Glenn steht kurz vorm Level ab. Braucht halt nur ein paar Kills. Ein Rocketeer Victoria. Ne, wir nehmen mal den Detlef mit. Wobei, Matthias, da könnte er direkt sein Level abschaffen. Aber wir nehmen mal den Detlef mit, damit er ein bisschen trainieren kann. Ich habe jetzt nur noch 2 Plätze frei. Für einen Medic. Einen Infanteristen. Und einen Gunner. Den Gunner hätte ich auch gerne dabei. Wie zum Beispiel Maria. Sie steht kurz vorm Level ab. Das ist die große Frage. Medic oder Angie? Oder wir nehmen hier jemanden mit. Lan Ying Song. Was könnten wir aus dir machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine hundertprozentige Beförderung. Einen Tag können wir leider nicht mehr warten. Weil das wäre auch eine hundertprozentige Beförderung. Ja, ich weiß es dauert jetzt alles ein bisschen länger. Aber hey. Also entweder ein Infanterist. Oder ein Medic. Ne, von Tristan habe ich ja bereits. Was fehlt mir denn? Also ein Medic oder ein Angie? Genau. Catweasel bleibt daheim. Ähm, mam, mam, mam. Roger werde ich in der nächsten Mission benötigen. Also entweder ein Samuel oder ein Bogani. Das ist eine schwierige Entscheidung, Leute. Nehmen wir einen Medic mit. Lang genug überlegt. Hier wird erstmal der Autolaser ausgerüstet. Und der Motion Tracker. Hier die Shatterray. Beim Glenn passt soweit alles. Mhm. Bei Galegos passt soweit auch alles. Vielleicht das Backup-Medikit daheim lassen. Und dafür etwas für mehr Durchschlagskraft sorgen. Naja, eine Flashbang kann ja auch nicht schaden. Carina nimmt mir noch ein Lasergewehr mit. Und Alicia leitet sich mal kurz, ähm, den Illuminator aus. Du benötigst zwei Kills. Gut zu lösen. Bei allzu viele Beförderungen trennen wir uns jetzt auch nicht mehr von unserer, von unserem achten Druckmitglied. Da muss ich auch nochmal 200 Kuruten einsparen. Sollen wir sie einkalkulieren? Ja, wird schon. Dann bräuchte ich nochmal 100 Kuruten für die Leutnants. Die werden ja auch bald fällig. Natürlich, Bradford. Du kennst uns doch. So quickly, wie wir können. Mit etwas Glück können wir sogar ein bisschen Meldeinsacken. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir genau dieselbe Map, nur bei Nacht. Die Landezone passt mir mal gar nicht. Das ist schon dashing? Ernsthaft? Nun gut, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas aufdecken. Auf dem Dach fühle ich mich ein bisschen sicherer, es sei denn es sind Floater hier. Gut. Kann ich hier hingehen, ohne irgendwas aufzudecken? Ich glaube eher weniger. Hm. Naja, erstmal hoch aufs Dach. Hätte noch in den Raum reingehen können, aber ist halt nicht ganz so wichtig. Da dürfte uns nichts mehr sehen. Nein, gut. Dann schätze ich mal, kann Alicia hier hin. Ohne, dass sie etwas aufdeckt, hoffe ich mal. Gut. Ähm, Glenn geht mir dann direkt hier her. Und Ashley hier hin. Dann warten wir mal kurz ab. Und lauschen mal. Oh, unter uns ist etwas. Hört sich nach Sinn, Männern. Oh. Jetzt ist die Versuchung groß, Richtung Maid zu rennen, aber nee, lasst mal bleiben. Die Floater, die ich da höre, sind schon schrecklich genug. Vielleicht können wir das, was da hinten ist, irgendwie in einen Kampf verwickeln. Ja, da habe ich den Weg ja wunderbar zugestellt. Wir warten hier noch eine Runde. Aye, aye, Commander. Wir müssen uns ja schließlich alles steady machen. Marina, gib mir mal hier hin. Gut soweit. Hm, Ashley kann hier hin. Dann gibt es zweimal steady weapon. Und eine kleine Rundsparty. Das kommt jetzt von links. Also unter uns ist eine Gruppe. Hier ist eine Gruppe. Und hier ist eine Gruppe. Die Frage ist, wo ist die vierte Gruppe? Die Tür ist jetzt auf. Das bedeutet, ich könnte da, wenn ich Pech habe, zwei Gruppen pullen. Raketenwerferreichweite. Ist gegeben. Das ist gut. Glenn? Oh, hallo. Nun gut, vielleicht können wir den da oben snipen. 97%. Reicht leider nicht ganz. Ich kann leider nur einen von denen treffen. Das ist dann nicht so prickelnd. Ah, da habe ich den Falschen bewegt. Aha. 78 oder 58. Nehmen wir erstmal den 78%igen Schuss. Der sitzt. Ähm. 10%. Ich glaube nicht. 16%. Vielleicht. Maria, du gehst mir mal hier rüber. Schalt mir bitte einen aus. Du darfst natürlich auch völlig daneben schießen. Was sagt die Schredder? Auch nur ein Ziel, oder? Ne, damit könnte ich die da beiden oben treffen. Rieche ich das auch mit einer konventionellen Rakete hin? Wäre möglich. Probieren wir es. Suck auf das. Gut gemacht. Da waren es nur noch zwei mit zwei HP. Die Pistole fragen. Acht. 22%. War ein guter Versuch. Ach, du hast ja noch einen Schuss. Schieß auf den da unten. Genau. Da war es nur noch einer. Und einer killt uns nicht. Was sagt er? Die Pistole. 38%. Probiert. Gut gemacht, Glenn. Das war die erste Gruppe. Und da kommt die zweite. Hm, Seeker. Und da noch eine dritte hinterher. Oh, wenn ihr da stehen bleiben wollt. Oh. Hallo. Die haben auch noch Seeker. Oh. Jetzt wird es ekelhaft. Moment, wo kommst du denn her? Ein Thin Man, sieben Seeker, ein Floater. Nun gut. Da schreit ich erst mal nach einer Rakete. Die muss sitzen wie noch nie ihre Rakete zuvor. Oh. Bitte, schieß nicht daneben. Naja, immerhin etwas. Glenn? Wo ist unser Freund der Thin Man? Kannst du das mal für mich herausfinden? Das sind zwei Seeker. Den Thin Man siehst du nicht einmal. Das ist schlecht. Nun gut. Wie lösen wir das Problemchen jetzt? Also erstmal brauche ich da einen Shotgun-Schuss. Siebenundsechzig Prozent. Bitte verfehle nicht. Dankeschön. Hurra. Ach, da hockt der. Ähm. Ashley, wie schaut's aus? Problem ist, dass du da locker flankiert werden kannst. Ich hab keine große Wahl. Ich muss zuallererst den Typen da hinten ausschalten. 93 Prozent. Bitte enttäuscht mich nicht. Gut. Aber wenn der uns bespuckt, ne? Dann haben wir Probleme ohne Ende. 55, 47. Probier mal das. Nein. Leider nur ein Schuss übrig. Du verfehlst. Ja, das sehe ich auch. Komm bitte, schieß den einfach ab. Oh, wir sind sowas von tot. 100 Prozent. Wenn wir einen guten Kritt reinbekommen, dann ist der weg. Oder der hier in dem Fall. Nein, er nimmt nur einen ganzen Schaden. Sehr schön. Oh, ich hoffe, die tarnen sich alle und bleiben getarnt. Nein, die enttarnen sich wieder und schießen direkt. Oh, das Holo-Zielen könnte uns zum Verhängnis werden. Und die flankieren uns. Oh, oh. Tarn dich und bleib bitte getarnt. Du verziehst dich, genau. Du brauchst nicht schießen. Nein. Suppression geht klar. Oh, jetzt kann es eklig werden. Und da kommen noch mehr, Finn-Man. Au. Nun gut. Na ja, ein Overwatch-Schock da nicht. Kannst du mir bitte den hier entzeugen? Aber komplett. Nein, kannst du nicht. Schwamm drüber. Oh, die Rakete muss richtig gut sitzen. Und wir da alle drei treffen. Verfehlen gibt es diesmal nicht. Eklig. Äh, Glenn. 82% kommen, die machst du. Gut. Also erstmal auf den Seeker, bitte treffen. Nein. Die Granate landet da drüben nicht. Reicht vielleicht das hier? Gut. Was haben wir noch aktiv? Ein Sektor, vier Schimmelmann, drei Schicker, ein Floater. Sehr gefährlich. Wieso siehst du den Floater nicht? Gut gemacht, Alisha. Triffst du vielleicht den? Immerhin etwas. 45%. Vielleicht sollte ich den zu pressen, aber schieß einfach mal. Gut. Das sind, damit sind unsere Überlebenschancen gerade um 10% gestiegen. Ach komm, lass den Glenn in Ruhe. Nein. Wow. Oh oh. Wow. Wo kommen die ganzen Seeker denn hier? Ein Hoch auf den Close Combat. Du mach keinen Quatsch, Junge. Du mach keinen Quatsch. Wow. Ach, der kommt da zur Tür raus. Der kommt hier zur Tür raus. Was haben wir denn alles? Ein Sektor, zwei Sinmen, zwei Seeker, ein Floater. 100%, 87%, nun gut. 82, 51. Bitte nicht verfehlen. Dankeschön. Oh, hier auf dem Dach wird es ein bisschen brenzlig, ne? Dann bitte den hier ausschalten. Dankeschön. So, da waren es nur noch. Ein Seeker, zwei Sinmen, ein Sektor. Dann verarzten wir hier mal. Wobei, ich müsste eine schießen. Hm. Hier eine Flankierung und den ausschalten. Immerhin 80% auf den Seeker. Dog. Einmal bitte kurz verarzten. Dann steigt die Trefferchance auch ein bisschen an. 96%. 9%. Nimm die 96. Gut. Hm. Das Problem ist, ich kann dem nicht in die Flanke fallen, oder doch? Ne. Ich musste hier hinkommen. Aber ich habe ja noch eine Flashbang hier. Das ist ja nicht das Problem. Was ich hier allerdings machen könnte, ist, hier runter zu gehen. Erstmal Motion Tracker checken. Der Sektor ist da mit hinten. Gut. Gut, dann ist der hier hoffentlich erledigt. Keiner im Overwatch? Nein. Los geht's. Der ist platt. Vorausgesetzt, wir treffen. Gut gemacht. So, Carina geht mir mal hier näher ran. Und wirft mal ihre... Geht nicht. 63%. 63% hört sich doch einladend an. Nein. Ich bin alle raus. Das ist meine letzte Option, wie es aussieht. Alles mit der Ruhe. Erstmal hier die Flashbang werfen. Und hoffentlich auch noch den Sektor mitblenden. Das wäre schön. Gut. Hervorragend. Er schießt, dürfte eigentlich nichts treffen. Gut. Kalkuliert. Was treibst du? Du bist ja auch geflashbanked. Hervorragend. Glenn, wie viele Kills brauchst du noch? Einen. Dann schauen wir mal, dass wir hier mit Carina dir eine Deckung platt machen. Gut. Ich hoffe, die Deckung geht auch kaputt. Sonst haben wir ein Problem. Dann kann Glenn schauen, ob er hier noch seine Beförderung abkassiert. Lysha wird bereits befördert. Wie viele Kills braucht Detlef? Grob überschlagen. Viel. Das schafft er nicht mehr. So, schauen wir mal, dass wir einen Glenn befördern. 54% kann ich das irgendwie maximieren. Naja, Holo-Zielen. Der Sektor ist ja eh erledigt. Oh, du kannst es nicht suppressen, weil du nichts siehst. Das ist logisch. Dann suppress mir mal den Thin-Man. Aus dem einfachen Grund, damit wir hier... Nee, du hast keine Holo-Zielen. Oh. Na komm, machen wir es ja einfach platt. Einfach platt machen. Nicht weiter drüber nachdenken. Glenn enttäuscht mich nicht. Das war deine Beförderung. Weil wenn du schon verletzt bist für eine lange Zeit wie meine anderen Scouts, dann sollte es doch befördert werden. Und Ashley holt sich einfach mal den kleinen Sektor da drüben. Nicht in die Giftwolke reinmarschieren. Das wäre mir zutiefst, wie soll ich sagen, ähm... Unangenehm. Und dann würde ich mal sagen Tschüss. Wow. Auf die Verletzten hätten wir verzichten können. Aber ich... Wenn ich mich nicht täusche, wurde fast jeder im Trupp befördert. Darauf lief die Mission ja eigentlich hinaus. Jetzt bin ich mal auf die Beförderung gespannt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Also Glenn, da du jetzt eine längere Zeit ausfällst, 21 Tage, bekommst du direkt mal deinen Battlescanner. Ashley. Ja. Ranger? Für mehr Durchschlagskraft. Maria, du bekommst jetzt endlich dein Holo-Targeting. Das hätte ich eigentlich in dieser Mission schon von dir verlangt, aber gut. Carina bekommt Opportunist. Damit sie bessere O-Watches macht. Und Alicia geht mir ebenfalls auf Disabling Shot. Damit wir Cyberdiscs, mit denen wir diesen Monat schon rechnen müssen, einfach mal entwaffnen können. Weil einfach, 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 einfach ist. Und einfacher als einfach wird es nicht. Aber einfach ist es leider nicht. Man muss schon ein bisschen überlegen, damit man hier gut durchkommt. Die 115 Kronen streichen, damit können wir schon mal definitiv arbeiten. Wir können direkt mal in die Officer Training School gucken. Und sehen, dass wir 98 von 115 Beförderung bereits beisammen haben. Das ist doch ein guter Schnitt. Wir konnten uns eigentlich die Tactical Officers bereits leisten, aber nö, wir lassen mal stecken. In 8 Tagen ist Experimental Warfare durch. 8 Tage noch bis zum Thermo Generator. Also wir haben fast das Geld beisammen. Ich glaube, die Exalt-Mission, wenn wir diese auch noch erfolgreich abschließen, dann haben wir unser ganzes Geld beisammen für die Bauprojekte. Und dann können wir uns auf anderes konzentrieren. Und ja, und ich würde sagen, meine Freunde, das war es jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.